Psst, Leute, ich habe heimlich zwei Wochen noch an der Minecraft Craft Attack Base weitergebaut und ich würde euch mal hier den Zwischenstand zeigen. Wir haben wieder ordentlich geprügelt und das Ding ist nahezu komplett fertig. Es fehlen noch ein paar Details, Texturen und so, aber es gibt ordentlich was zu zeigen. Haltet euch fest, ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Episode von Craft Attack. Keine Sorge, im Stream sind wir immer noch dran und ein bisschen am Weiterbauen in einem ganz kleinen Grüppchen und hier sind einige Dinge noch entstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das letzte Video war. Ich muss gleich nochmal nachgucken, aber wir haben noch richtig viel zu zeigen. Richtig, richtig viel. Wir legen los. Let's go. Heute große Tour und ich zeige, was ich gemacht habe. Ach, ein Regenbogen. Ich habe gerade gesehen, die letzte Folge kam am 3.2. Das war das Ende vom Grindstream. Jetzt haben wir den 11.3. Okay, wir haben ein bisschen was gemacht. Ich laufe übrigens mal durch und zeige jetzt, wo ich neu gebaut habe. Müssen wir wissen, wo ich die Stadt laufen. Ich habe in der Zeit unter anderem einmal Hogwarts Legacy im Stream noch gespielt. Da hatten wir eine kleine Pause, nachdem jetzt der Grindover war. Wir hatten von 0 auf 100% Hogwarts Legacy komplett durchgespielt. Alle Folgen dazu sind schon hochgeladen, gibt es auf dem 2. Channel. Ich dachte, das war nicht so gut für einen Main Channel und deswegen habe ich das ausgelagert. Wer das sehen möchte, Spark of Hogwarts Legacy von 0 bis 100%, alles durch, findet ihr dort. Und ja, dann habe ich jetzt sie wieder weitergemacht. Aber wir haben ungefähr zwei Wochen, sage ich jetzt mal, voll weiter gestreamt und hier noch weitergebaut. Und wenn ich so sagen würde, die Base ist so zu 97% fertig. Ungefähr. 97%. Wir haben alles auch im Terraforming abgeschlossen. Und ich würde mal ein bisschen hier durchgehen und euch ein paar Stellen zeigen, die ihr so nicht gesehen habt. Ich habe in das Video reingeguckt, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Und unter anderem habt ihr hinten die Pfarrhäuser noch nicht gesehen wahrscheinlich. Die waren da gerade so im Bau. Aber die komplette Area hinten ist alles fertig. Friedhof, Obstgarten, Schmiedsteine, alles, alles. Get ready. Also zunächst mal, das hier sind die, ja ein bisschen beim Dach müssen wir machen, da stehen noch Fackeln drauf. Das sind die Pfarrhäuser. Und ich hatte gedacht, hier kann man das ja irgendwie recht cool machen. Mit so einem kleinen Durchgang in der Mitte, wo es einfach durchgeht. Da unten ist der Eingang, oben wäre der nächste Eingang. So ein bisschen so zwei Häuser, die alleinander stehen mit einem Weg, wo es durchgeht. Und dahinter gucken wir auch gleich lang. Ich würde aber sagen, wir gehen, bevor wir da in die Area gucken, mal durch den Friedhof durch. Weil den habe ich, der war noch komplett in seinen Kinderschuhen. Aber der ist fertig. Ich würde durch den Haupteingang hier vorne am Marktplatz mal ganz kurz gehen. Vorne ist ja das Rathaus. Hier ist dann die Kathedrale und der Eingang dazu. Und hier vorne seht ihr einmal den fertigen Friedhof. Muss mal gucken. Vielleicht noch mit Fackeln. Das sehe ich dann noch, ob ich ein paar Laternen setze. Aber teilweise sind wir auch schon dabei und verteilen hier die Namensschilder. Die Leute, die im Stream-Chat sind, die wissen, wie das grob funktioniert. Jeder, der im Stream den Boss einmal klatscht, kriegt ein Schild. Und das ist immer so ein bisschen dynamisch, immer unterschiedlich. Kann mal mehr, kann mal weniger sein. Aber wir haben 42 Grabsteine. Die ersten sind schon voll. Und in den nächsten Streams wird das vielleicht noch aufgefüllt. Wobei ich halt glaube, ich bin schon fertig mit Crafted, bevor wir die Kräferfolge haben. Ja, wir gucken mal. Leute, hier unten geht es runter. Ja, einmal weiter. Häuser gibt es auch noch welche. Zwölf Stück um den Dreh. Und die sind fast alle vergeben. Ist nur noch zwei Hände voll übrig. Dann sind wir da auch durch. Aber ja, hier unten seht ihr. Kompletter, kompletter, kompletter Friedhof fertig. Alles ein Grabstein. Natürlich auch hier perfekt runtergeterraformt und alles von außen. Wie wir es hatten. Ich kann mal ein Stückchen zur Seite düsen. Schaut mal hier die Gegend jetzt an. Alles finished. Alles finished. Auf zwei Ebenen. Grabsteine stehen. Wenn man von dem Friedhof jetzt hier oben runterläuft, hier nach den Pfarrhäusern vorbei, gibt es auch noch eine Neuerung. Die habt ihr noch gar nicht gesehen. Wenn ihr nicht im Stream wart natürlich. Da habe ich alles fertig gemacht. Und zwar, was hat denn hier hinten in der Gegend am besten gepasst? Hm, ihr könnt ja mal schauen, was wir hier so finden. Erstmal geht es jetzt runter. Und ich dachte, das schließt die richtig schöne Gegend ab. Hier geht es an Klippen jetzt wieder runter. Aber hinter den Pfarrhäusern haben wir einen Obstgarten. Und an diesen Obstbäumen wachsen Apfelottel. Weil das Axolottelköpfe sind. Also Apfelottel. Da sind pinke Axolottel. Ich habe noch ganz viele bunte Köpfe übrig und ich wusste ja nicht, was ich mit denen machen kann. Also habe ich die als Obst genommen. Die Area ist so ein kleines bisschen größer. Man kann auch hier durchgehen. Ein bisschen größere Fläche. Ich habe hier mit den Blumen wieder alles ausdekoriert. Verschiedene Blumen an verschiedenen Stellen und so weiter und so fort. Dann gehen wir noch mal ein bisschen hier durch. Und dann vorne seht ihr auch schon, die Area zu mieten ist jetzt auch geschlossen. Da steht ein neues Gebäude. Das ist unser Steinmetz. Da gucken wir auch mal rein. Ich habe hier vorne den Weg so reinlaufen lassen. Auch hier muss noch texturiert werden. Da kommt noch alles hier. So ein bisschen kleines Detail. Deswegen sage ich 97 Prozent ungefähr. Weil wir an vielen Stellen noch so ein paar Kleinigkeiten zu tun haben. Aber ich werde auch gleich von oben noch mal zeigen, wie das Terraforming generell ist und wie wir von der Base abgeschlossen haben. Seid übrigens ready, dass ihr gleich komplett Wow-Effekt noch mal kriegt. Weil wir haben ein bisschen übertrieben. Ich habe ein ganz kleines bisschen übertrieben. Ich habe 37.000 Quadratmeter Erde noch angetragen. Und das ist kein Spaß. Es sind literally 37.000 Quadratmeter. Aber dazu kommen wir gleich. Erst mal hier vor der Mine. Der Steinmetz. Neues Gebäude an der Seite, wo hier unten Steinsägen sind und wo Stein verarbeitet wird. Ne, mal mit dem normalen Terracotta. Etwas anders farbig habe ich jetzt mal gemacht. Und ja, hat hier richtig schön die Ecke gepasst. Und sieht neu und cool wirkend aus und so. Die ganze Zeit hat mir die Lücke nur so Grundriss eingezeichnet. Ich habe das auch mal vervollständigt. Hat ebenfalls wieder ein, zwei Tage gedauert und sowas. Ne, das dauert immer. Ich bin ja nicht mehr so viel am Stream jetzt. Wir sind ja noch maximal vier Stunden am Tag. Das ist aber auch ganz gut für Normalbetrieb. Die Mine kennt ihr, wo oben alles durchfährt. Und falls ihr die nicht kennt, schaut mal in die Playlist rein. Wir haben so viele Videos. Auch noch mit Timelapses und whatnot. Und ihr werdet gleich auch noch mal eine ein oder andere sehr coole Timelapse hier reingeknallt kriegen. Aber dafür, ja, muss ich euch mal ein bisschen zur Seite transportieren. Zunächst mal, ich fliege mal ganz kurz hier oben drüber. Und ich zeige nochmal die Area von hier. Hier war alles abgeschlossen. So war ich das nicht mal mehr rendert. Ich habe so viele Klippen gebaut. Wir haben so viele geteraformt. Es hat Stunden über Stunden. Ich bin bald auf 800 Stunden Spielzeit jetzt. Und wir müssen, wir haben den Planeten vom letzten Mal aber getroffen. Komplett. Wovon ist die Brauerei und so. Also es ist so viel zu sehen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob hier auf dem neuesten Stand ist. Aber ich tue es jetzt mal nach hier vorne. Und jetzt get ready für den kleinen, aber feinen WTF-Effekt. Macht euch bereit. Macht euch bereit. Seht ihr schon? Eine riesige grüne Grasfläche. Hier ging es doch runter. Und jetzt guckt mal, wie groß ich das hier gebaut habe. Seid ihr bereit? Ah, ha, 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 ha. Wir haben eine gewaltige Grünfläche. Die reicht komplett bis zur Base von den Nachbarn drüben. Das hier sind 37.000 Quadratmeter. Weil das kann man tracken. In den Statistics kann ich ja gucken, wie viele Blöcke wir gesetzt haben. Wir haben jetzt 143.000 Erde gesetzt. 106 haben wir gestartet. Und dann kommen wir auf 37.000 Erdblöcke, die wir platziert haben. Also 37.000 Quadratmeter. Ich habe hierfür alleine nur, pass mal auf, fliegt mal kurz nach hinten, alleine nur, um diese Erdfläche zu bauen, habe ich dreieinhalb Tage gebraucht. Ja, das sieht wenig aus. Es ist nicht wenig. Es ist so gewaltig. Ich habe die Render Distance höher gestellt. Normalerweise, by the way, haben wir auf dem Server eine Server Render Distance von 10 Shanks. Und dass einmal die komplette Standard Render Distance nur mit Erde voll gebaut, das hat gedauert, Leute. Ich würde euch Folgendes vorschlagen. Es gibt noch mehr. Pass auf. Es gibt noch mehr. Ich habe Timelapses aufgenommen, wie ich das hier alles gebaut habe. Und die kommen gleich. Ich zeige mal ganz kurz, wie es hier drüben noch weiter ging. Weil das war nur ein Teil. Hier hinten geht es noch weiter. Es geht noch viel weiter. Also es war halt sehr komisch, dass jetzt hier der Bach geendet hat. Und da wird es dann runtergehen. Ich kann euch mal zeigen, wie es drunter aussieht. Dieser komplette Riesensee, den wir haben, der ist überbaut worden. Da ist eine riesige Cave jetzt drunter entstanden. Aber hier vorne geht es noch weiter. Es geht noch weiter. Ja, Freddy. Ja, wir haben übertrieben, Leute. Wir haben komplett übertrieben. Das ist mit Abstand das größte Woche. Ich zeige es euch auf der Minimap gleich. Aber kommt mal mit, kommt mal mit, kommt mal mit. Hier vorne Richtung Winzer. Ja, hier habe ich ja auch noch ein bisschen Platz und so. Ich würde es gleich Zeit, wieder Tag zu machen. Hier geht es runter. Hier ist auch komplett geteraformt und zugemacht. Und hier vorne ist noch mehr. Noch viel weiter. Hier vorne seht ihr noch diese Weinreben, ne? Wo die Sonne drauf scheint von der Seite. Auch die hier sind überbaut worden. Hier haben wir nochmal eine Klippe, wo es ein bisschen runter geht. Leute, ich glaube, ich warte mal bis Tag ist. Dann kommt die Sonne von vorne. Das ist besser. Gebt mir eine Sekunde. Gesagt, getan. Auch hier, wie gesagt, gehen wir einfach mal runter jetzt. Es ist so gewaltig. Es ist so riesig. Ich würde hier übrigens, falls ihr euch fragt, auf die Grasfläche da oben. Ich würde da Wald draufsetzen. Aber jetzt nicht Custom Frees, sondern ich würde den Wald von hier drüben einfach verlängern. Leider ist es zu spät, da noch allzu viel jetzt groß zu bauen und nochmal eine zweite Schnapp drauf zu setzen. Das werde ich nicht tun, sondern dort wird Wald drüber kommen. Auch hier so ein bisschen. Hier vorne würde ich Gras lassen, sodass nicht zu viel Schattenwurf ist. auf diese Weinreben, die hier so richtig schön die Sonne tanken sollen. Und ja, jedenfalls von hier unten sieht es jetzt so aus. Schön begrünt. Auch hier ist der Bach überbaut worden. Hat halt seine Gründe gehabt. Und hier vorne geht es runter. Und oh mein Gott, nee. Ich will euch zu viel zeigen. Ihr wisst auch noch, dass auf der Südseite Richtung Spawn der Berg hier vorne unterm Schloss noch komplett offen war. Naja, Leute, ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen. Das ist ebenfalls fertig. Aber das zeige ich euch gleich, nachdem wir die Timelapses losgetreten haben, wie wir die Erdflächen gebaut haben, wie wir das hier gebaut haben und wie wir auch hier runter bauen und die südliche Klippe zusammen designen. Das sieht jetzt alles in der absolut XXL-Timelapse wieder. Zwei Wochen habe ich hier dran gebaut und das wird alles einmal hier rein komprimiert. Und ich hoffe, es wird sehr, sehr cool. Und dann gucken wir gleich nochmal drüber, wie das Endergebnis aussieht. Let's go. Das Endergebnis aussieht. Und damit, ja, habt ihr den Überblick bekommen, Gehen wir mal ganz kurz runter. Ich habe das so geformt. Wenn ich mehr Zeit hätte, wenn ich in der Grinds-Problem ging, hätte ich vielleicht noch mehr Mühe zum Detail gemacht und mehr Variation mit reingebaut. Aber ich glaube, das trifft es schon. Das trifft es schon sehr, sehr gut. Ich muss ja nicht ultra weit immer halt jetzt über das Wasser drüber bauen. Ich habe hier so abgeschlossen, einfach mit dem Berg, so künstlich und lasse ich hier Wasserfälle runterkommen. Von da oben hier der, ne, wo der Südsee war, ging es jetzt nochmal runter in den Teich rein, Anführungszeichen, oder in den Bachbereich. Und hier splittet es sich runter. Und ich habe hier mal so eine Trennung noch mit reingemacht. Wir haben dort drüben einen Wasserfall. Ich weiß nicht, ob das in der Timeless gut sichtbar war. Aber wenn ich da mal reingehe, dann komme ich in meine Base jetzt rein. Das ist noch ein offener Tunnel. Bisschen dunkel jetzt hier. Ups, mit Shader ist sowieso generell schwierig. Aber hier kann man dann reindüsen. Und ihr seht hier unten dieser gewaltige Bereich, der einfach komplett überbaut wurde. Eigentlich müsste ich mal Shader gleich rausmachen. Aber guck mal, da hinten ist, da lädt noch nicht mal die Map auf 16 Chunks. Ich fliege die ganze Zeit. Ich habe 16 Chunks Render Distance. Und es ist alles überbaut. Leute, es ist mit Abstand das größte Projekt. Was ich jemals gemacht habe. Auch hier, die komplette City steht über mir drüber. Das komplette Königreich. Ich kann hier lang düsen. Hinten rennen dann nicht mal die Chunks in 16 Chunks Entfernung. Das ist unfassbar einfach. Leute, es ist absolut huge, huge, huge. Und wenn ich da natürlich raus möchte, ich weiß nicht, ich kann es nicht Raketen spammen, kann ich hier vorne, seht ihr, einmal durch. Und dann kann ich wieder erstmal hier raus düsen. Ich habe da so eine Kurve gemacht, damit man nicht in die Base reingucken kann. Und das ist jetzt einfach hier die Südienste. Klippe in Anführungszeichen. Ich habe noch, wie gesagt, 98%, ein bisschen was zu tun. Wir müssen hier dann detaillieren, texturieren und so weiter und so fort. Hier kommen dann Blätter hin. Ich werde überlegen, ich glaube, Andesit werde ich nicht mehr so viel jetzt hier lang und runter ziehen, weil das ist einfach too much. Nochmal den kompletten Werk mit Andesit abklappern und texturieren. Das ist, guck mal an, nur wenn wirklich Zeit dafür noch ist, mal zwischendrin, zwischendrin, angel. Aber ansonsten würde ich es erstmal so lassen. Begrünen ist allerdings noch drin, detaillieren ist drin, die Fackeln wegmachen, mit Leuchtflechten ausleuchten und sowas, damit es einen fertigen Touch hat, ähnlich wie hier oben, wo auch keine Fackeln mehr vorhanden sind und Detail, Vegetation und sowas dran ist. Hier unten kommen mit Core, Stirt, kommt jetzt hier nochmal eine Fläche dann hin, ähnlich wie hier oben, damit das halt ein bisschen besser passt und so. Also, Detail noch, das sind die restlichen drei Prozent, die noch fehlen. Alle Gebäude sind fertig, ich werde keine neuen mehr dazu bauen. Wir haben, wie gesagt, noch zwölf übrig in den Streams, wenn wir die nochmal versteigern, sehen wir dann. Guckt euch das einfach an von oben. Es ist absolut eine wahre Pracht und wahre Freude gewesen. Wir haben komplett gestört, übertrieben, vor allem auch mit dieser Grünfläche. Also, das war jetzt zum Schluss nochmal irgendwie, wo ich gedacht habe, oh Leute, oh no, was habe ich mir aufgehalst. Oh, die Grünfläche, die Klippen hat einen Tag gedauert, aber hier unten, das alles hat vier Tage zusammen gedauert. Dreieinhalb hier oben das Teil und nochmal ein halber dann hier unten den Bereich. Und natürlich hier unten bei den Gebäuden ist halt auch einfach viel passiert. Ich zeige euch gleich mal die Übersicht von oben über die Stadt mit der Journey Map, vielleicht nenne ich die Xeros World Map nicht, wenn ich gerade am Fliegen bin oder so. Wir haben alles, Leute. Wir haben alles. Hier, so sieht die Karte von oben aus mittlerweile ringsrum alles fertig. Alles fertig. Alle, alle, alle ringsrum ist jetzt abgeschlossen. Das Einzige, was noch steht, hier oben vielleicht dieser kleine Wach in den Berg, aber das ist eher was Kleines. Ich denke mal, ich werde den kleinen Gebirgsee oder so machen und dann ist es auch schon wieder gut. Oder ich lasse es hinten runter plätschern. Ich schaue mal. Ich werde hier nochmal die Fläche dann, diesen kleinen Bereich werde ich noch abschließen. Falls ihr, also, ihr Bock habt, dazu zu schauen. Jetzt Samstag, Sonntag auf jeden Fall. Heute Morgen sind wir noch im Livestream auf Crafty Tech. Kommt vorbei. Würde mich freuen. Und ja, das ist im Wesentlichen erstmal die Übersicht. Wenn wir dann auf 100% sein sollten, by the way, werde ich auf jeden Fall nochmal eine Big-Big-Tour machen. Alles zeigen und ja, in der Zwischenzeit würde mich freuen, wenn ihr regelmäßig reinschaut. Like für den YouTube-Algorithmus nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, lass es krachen und ciao, ciao. Heftige Übersicht. .